Und nun zu einer der attraktivsten Sehenswürdigkeiten Italiens, Raffaella Carras Liebelei. So heißt ihr Titel. Ah, ah, ich kenne Herzen, die sind auf Stein. Ah, 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 jedoch ich könnte jetzt los sein. Es ist so herrlich, sie zu verlieben, es ist ein Wunder, wenn es geschieht. Es ist so herrlich, sie zu verlieben, und ist ein Wunder, wenn es geschieht. Ah, 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 in deinen Augen, da war ein Glanz. Ah, 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 das fühlt dich schon bei Herzen tanzt. Es ist so herrlich, sie zu verlieben, wenn kann denn wissen, was morgen ist. Es ist so herrlich, sie zu verlieben, weil es ein Zaubereramt überriss. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Liebe, Liebe, Liebelei, was kann schöner sein für uns zwei. Denn der Himmel ging auf, denn der Himmel ging auf für mich. Ah, 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 ein kleines Stimmchen, ein netter Blick. Ah, 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 ja, so begann schon so oft das Glück. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Liebe, Liebe, Liebelei, was kann schöner sein für uns zwei. Denn der Himmel ging auf, denn der Himmel ging auf für mich. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Und der Himmel ging auf, und der Himmel ging auf für mich. Liebe, Liebe, Liebelei, was kann schöner sein für uns zwei. Denn der Himmel ging auf, denn der Himmel ging auf für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020